Musik Neue Töne aus der Wiesbadener Marktkirche Kantor Thomas Frank gibt Einblicke in seinen Arbeitsplatz in 60 Meter Höhe. Wir haben seit 1986 ein Glockenspiel im Turm mit insgesamt 49 Glocken, von denen kann man 25 automatisch spielen. Wir haben über 100 Lieder programmiert und seit letztem Montag hat Wiesbaden bzw. die Marktkirche einen viertelstündlichen Stundenschlag, den eben das niederländische Königspaar am 3. Juni eingeweiht hat. Musik Nun folgt der Schlag für die halbe Stunde. Musik Das Motiv für Dreiviertel klingt folgendermaßen. Und das Motiv für die volle Stunde klingt folgendermaßen. Nun ist die Melodie komplett und besteht nun aus 16 Tönen. Musik Die größte Glocke im Glockenspiel erklingt erst als letzter Ton. Es ist eine Glocke mit einem Gewicht von immerhin 2,3 Tonnen. Musik 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 Vielen Dank.